Um mit dem Sturmsoldaten von Rang 4 auf Rang 5 zu kommen, müssen wir 25 Gegner mit Sturmgewehrter Schrotflinte töten. Fünfmal zwei Gegner innerhalb von weniger als zehn Sekunden und einen Gegner im Nahkampf. Gut, alles klar. Hier haben wir ja zum Glück ganz viele. Bäm. Bäm. Das hat sich gerade einfach sehr schön angeboten. Da irgendwo, da schreit jemand rum, dass es nichts zu berichten gibt. Hier. Zack. Da hätten wir schon drei von fünf Mal zwei Gegner innerhalb von weniger als zehn Sekunden. Da oben sind noch welche. Schauen wir mal, dass wir die erwischen. Nicht dahin, Nomad. Du weißt doch, wie das geht. So. Die spitze Kante natürlich. So, der eine sitzt da, der andere da. Sonst haben die doch nicht so eine gute Reaktion. Oh, verdammt. Na toll, das war's mit den zehn Sekunden. Na gut. Immerhin zwei weitere Gegner auf dem Weg zu den 25. Da hat man noch mal nach und munitioniere bei der Patrouille vom Anfang noch mal ein bisschen auf. Schauen wir mal, wir haben hier im Osten, haben wir ein großes Gelände. Da können wir doch mal hin. Die Frage, wo ist jetzt Osten? Achso, ohne Kompass. Rechts. Sehr gut. Na, da vorne, ich seh's schon. Wunder-herrlich-bar. Schauen wir mal, ob wir da zwei Gegner relativ nah beieinander erwischen. Warum hab ich denn die Pistole ausgerüstet? Eins, zwei, drei. Haben wir vielleicht noch einen da? Nee, schade. Wäre zu schön gewesen. Dann hätte ich den letzten auch im Nahkampf nehmen können. Dann wäre das auch schon erledigt gewesen. Aber was soll's. Es gibt bestimmt noch genug Gegner hier. Vor allem ein Haufen Zivilisten und Wissenschaftler. Schön hier, ne? Also abgesehen von dem Militär-Kram. Ah ja, keine Sorge. Ich mach euch gar nichts. Ich bin niemand. Nur die Ruhe. Ich bin nur ein Geist. Patrone will ich. Aha. Da oben Scharfschütze auf dem Dach. Alles klar. War hier sonst noch jemanden? Stimmt. Da hinten patrouilliert auch noch einer. Habe ich hier irgendwo noch einen? Damit wir die zwei, eineinhalb von zehn Sekunden hinkriegen. Nein, der Scharfschütze. Zack. Und Zack. Damit wäre diese Herausforderung geschafft. Bleiben noch elf Gegner generell und einer im Nahkampf. Habe ich Blendgranaten? Ich hab Blendgranaten. Ich weiß das. Hier. Hand drauf, drüber. Was machen Sie hier? Ich mach nix. Ich warte hier nur auf den Kollegen da hinten. Der erwartet mich schon. Aber eigentlich erwarte ich ihn. Oh, komm doch. Noch ein bisschen langsamer. Und wie geht's euch so? Schönes Wetter heute, oder? Das hat tatsächlich funktioniert. Das hat tatsächlich funktioniert. Gut. Alles klar. Der Rest ist nur noch Grind. Kein Problem. Ich will gerade noch da um die Ecke gucken. Alles sauber. Wunderbar. Und da drüben höre ich noch ein paar Gegner-Stimmen. Denn irgendwie schreien die Gegner immer so laut rum, dass man glauben könnte, betet der? Dass, äh, dass die erschossen werden wollen. Die Zivilisten sind leiser. Du hast gar nix. Eine Kugel im Kopf hast du. Sonst nix. Waren das alle Gegner hier? Kann ich nicht glauben. Ich meine mich vom Let's Play noch dran zu erinnern, dass am Parkplatz noch zwei oder drei Gegner waren. Jawohl. Alternativ vielleicht auch vier. Wo willst du denn hin? Mein Motorrad. Sag mal. Wie viele Schüsse willst du denn überleben? Ach so, der muss der erste Motorrad absteigen, um zu sterben. Alles klar. Ich verstehe. Gut. Damit wäre dieser Compound hier, glaube ich, geplirrt. Die Frage... Ja, ich kriege das Motorrad. Nice. Wo geht die Reise hin? Einfach geradeaus vielleicht hier, ne? Ich muss nur aber erst mal auf die Straße wieder. Oh Gott, das Motorrad, da steuert sich wie... Keine Ahnung was. Nix Gutes. Ist aber schnell. Wenn man nicht lenken muss. Alter Schwede. So. Bitte nicht zu viele Kurven. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Fehlt noch ein Gegner. Noch einer und dann haben wir es. Irgendwo so, ne? Ah, da vorne. Da. Gerade auf 12 Uhr. Das machen wir von hier aus. Zack. Nice. Und damit sind wir auf Rang 5. Sehr, sehr nice.